doch einfach der tank geht nicht leer tanken soll da helfen wir haben uns hier heute wieder versammelt an diesem extrem heißen tag auf dem motorrad um wieder absolut viel scheiße zu bauen und falls ich mich ein bisschen komisch anhöre liegt das daran dass der arzt mir vor ein paar tagen vier zähne aus meinem mund gestohlen hat und es verdammt weh tut und ich kaum lachen kann und kaum was auf meinen ohren höre aber ich nehme trotzdem dieses video auf moin leute ich bin jack und damit herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja und wie unschwer wieder am ton erkennen könnt bin ich heute nicht alleine sondern heute ist penelope mit dabei jetzt habe ich die vorstellung schon vorweg genommen wird sich trotzdem noch mal vorstellen schön dass wir das aufgeregelt haben willst du noch sagen wie dein instagram heißt ja myr.penelope könnt gerne folgen einmal nicht folgen bitte ja und was fährst du da eine mt 125 einmal soundcheck bitte hört sich immer noch an wie eine regentonne so wie damals ja du kannst ja mal ein bisschen was zu dir sagen beziehungsweise warum fährst du ein motorrad überhaupt ja also ich habe mit vier angefangen ja bei mir fahren alle und mein dad meinte so ja warum nicht ich glaube dann war das keine frage mehr ob ich führerschein mache oder nicht angeber und dann hast du gesagt mit 16 direkt inshallah durch da ja aber stand schon immer fest also es war gar keine frage ob ich führerschein mache oder nicht ja was meinst wie viele tiere sind für deine jacke gestorben so viele ich habe meine blinker sind leider kaputt deswegen muss ich oder der funktioniert funktioniert wieder der rechte funktioniert der linke nicht geil dann kann ich immerhin rechts abbiegen darf man hier komische witze reißen oder wird das dann zensiert was für witze nicht ganz angebrachte erzähl mal jetzt mal beiseite mit dem scharbe nackt der junge mensch der leider noch keine großen maschinen fahren darf wollte unbedingt mal auf so einem unglaublich sexy gerät wie dem ding hier fahren also über sekte diskutieren wir noch mal jeder schnauze jetzt warum wackelst du so alter nervös aber wie gesagt heute darf sie mein schätzchen fahren ich hoffe du lässt es heile wenn du dich auf die fresse legt ist natürlich auch geil für clickbait da saß gerade no joke eine 70 jährige bitte wieso ok tschüss ja ich bin doch voll dumm dass die menschen immer so vor allem beim motorradfahrrad immer so einmischen ja die denken als sie werden jesus christ himself und können über alles entscheiden aber keine realer story dazu mir wurde schon mal gedroht dass ich bei der polizei gemeldet werde wegen ihr weil ich war doch mal vernünftig wir standen an der ampel und sie meinte so lass mal über den gehweg schieben also abkürzen über den gehweg wir haben natürlich halt auch geschoben und dann kam so ein typ hinter uns so richtig dicht aufgefahren hat so richtig gebrüllt ich habe das gefilmt und das geht zur polizei und dies und jenes sie hat richtig richtig eierflattern gehabt dass das wirklich zu der polizei geht aber ich bin natürlich total cool geblieben und ja auf jeden fall auf jeden fall ja aber jetzt noch mal quasi neustart heute wird sie mein motorrad fahren und es ist es dein erstes mal auf einer enduro oder bist du schon mal vorher gefahren ist mein erstes mal tatsächlich ok krass vorweg während wir jetzt hier rum fahren die zeit können wir nutzen du kannst ein bisschen was zu deiner 125er sagen ich habe ja auch ein video gemacht darüber was die beste 125er so ist alter flex man nicht so egal was ist das für ein baujahr und so dies und jenes also meine baujahr 2017 ich habe sie gebraucht für 336 gekauft sie hat 7900 runter das wenig wie fast jetzt 17 1621 ich hoffe mal dass ich sie so mit 25.000 dann verkaufen kann du hast gerade in einem jahr so 10.000 kilometer gemacht weniger als ein jahr krass weil ich hatte ja den unfall letzten sommer und da war dann zwei monate dann meine ich fahren deswegen immer aufpassen immer schutzkleidung tragen auf jeden fall eine wheelie ist im öffentlichen straßenverkehr ja wirklich kann ich jetzt leider keine ich kann auch keine richtig kann nur power wheelies aber eines tages werde ich mal wheelies lernen da komme ich kommt irgendwann bestimmt auch noch mal ein video zu aber jetzt mal eine andere geschichte und zwar waren wir mal unter der brücke da mit einem kollegen ja und der hat den helm auf und so ein integral wie du ihn hast ja und der war offen und da oben sitzen ja immer tauben drin na sag nicht der wurde voll fett reingeschissen doch doch die taube hat ihm richtig in den helm gekackt und der hat hier noch so unten am kinn gibt es ja manchmal diese netze ja habe ich auch und da hat er drauf gekackt ist ihm die ganze zeit so an die lippen gelaufen das war so ekelhaft das polizei ja ich bin fett am arsch ich sag so wie es ist nachdem wir eine ganz kleine pause gemacht haben aufgrund von bekanntschaften mit freund und helfer geht jetzt auf jeden fall weiter kann man aber ich viel pech haben aber ich sag dir so wie unser glück heute ist die werden uns heute noch mal begegnen könnte sein ja so den spot kennt ihr ja actually was kommt darunter siehst du das warum ist denn das das macht doch gar keinen sinn das ist ein segelflieger der hat einfach ein care package abgeworfen wenn er es gesehen habt ja und an der stelle hier weil das außerhalb des öffentlichen straßenverkehrs ist dass du jetzt dieses monster ding hier fahren weiß ich nicht das musste mal ausprobieren du musst sie vor allem selber ankicken weil ich werde dir auf gar keinen fall in irgendeiner weise helfen dir kann was passieren bitte dem motorrad nichts antun ja bist doch auf dem boden schaffst du es ich krieg sie dir an ich krieg sie dann du kriegst es auf gar keinen fall hin steig ab zur seite das genau das was ich meinte leute ihr müsst eine gewisse körpergröße haben so das ist dein erstes mal auf einer enduro unterwegs sein das ist egal wenn umfällst du sollst sie nur nicht nach hinten rüber schmeißen ja steig erst mal auf also jetzt noch mal kurz erklärt ja hier ist gas das bremse das hier ist lichtschalter wenn du die ausklappst wirst du schneller nein du weißt wie alles funktioniert was die kommt sehr sehr schnell ich würde sie erst mal nur ganz langsam kommen lassen legt man gang ein ja ein bisschen angst um mein motorrad leute ich habe echt ein bisschen angst um mein motorrad also wirklich ja merkst du die kommt schnell ne und hast du angst nicht so viel nicht so viel gas nur sonst machst du jetzt pult sie gleich einfach die wellies ihres lebens ich sag's euch sie macht sie macht einfach gleich den krassesten wheelie ich hätte mir eigentlich richtig gewünscht dass du das ding versehentlich umschmeißt oder so nein fahr noch mal ein bisschen und sagt mir danach mal wie du es fandest einfach und schalten kannst du auch noch nicht so richtig das üben wir noch mal wenn ich mir dein fuß da so anguckt sie die ganze zeit oder deswegen würde ich sagen nach der kaufte dir einfach nicht irgendwie irgendwas großes sondern du kaufst du direkt eine wär 450 weil es das beste a2 motorrad ist was man haben kann kommst du kaufen du kommst der kannst ja glaube ich verstellen das fahrwerk also zumindest hinten hat sie dir wehgetan mein schatz bei 100 fängt an das vorderrad zu wackeln ja aber sag mal hat hat sich gut gefahren oder also dass ich natürlich angestellt wie ein dorftrottel aber war auch ganz cool eigentlich ja das wird schießt ja habe ich gemerkt mit deinem fuß immer ja an der stelle ich habe mir eigentlich gewünscht dass sie sich fett aufs maul legt damit ich richtig schön schönes footage habe für mein video aber leider kann sie besser motorrad fahren als gedacht hol dir auf jeden fall eine supermoto oder so als a2 bike ist auf jeden fall geiler als sowas hier aber ja leider ist in dem video nicht das passiert was ich mir erwünscht habe ist auch gut für dich und auch gut für mich dann ist sie nicht umgekippt und dir geht's gut aber wenn euch das auf jeden fall gefallen hat dann lasst auf jeden fall ein like da abonniert den kanal damit ihr nichts mehr verpasst und dann sehen wir uns im nächsten video ciao